Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms Evolved. Ja, ich habe jetzt eine kurze Minecraft Pause gemacht, weil ja bald auch 1.11 kommt und da möchte ich gerne ein Rollenspielprojekt machen, also richtiges, ja auch mit einem Helden und so Sachen. Und ja, ich denke, ich werde nebenbei auch hier Kingdoms Evolved bringen, da das Rollenspielprojekt nicht, ja täglich oder wöchentlich, ja vielleicht wöchentlich kommt oder so. Auf jeden Fall, ja mache ich mit dem Livestream noch ein bisschen her der Ingemod weiter und im Let's Play werde ich hier, ähm, bauen unsere Sachen, ja, alles hier außerhalb des Herder Ingemods machen. Jo, dann haben wir hier, ähm, wo war denn das? Da hinten. Ja, hier werde ich einfach die Items vom Herder Ingemods reintun. Die können wir gebrauchen. Apfelholz, Apfelsetzling. So, Streichholz. Im kleinen Beutel ist was. Ah ja, die Kalkobohnen kommen rein, raus. Streichholz, Glockenblumen, ja. Ja, ist alles her drin, hä. Die möchte ich gern anpflanzen. So. Also machen wir das wieder rein. Und Hobbit Ofen können wir rein tun. Ja, die kann ich jetzt gerade mal hier ersetzen, hä. Da die ja besser sind. Dann haben wir das schon mal. Und, ja, jetzt haben wir eben die Setzlinge noch da. Dann setzen wir die hin. Okay. Also, zuerst einmal möchte ich die Sachen hier reinlegen, die ich jetzt gerade nicht brauche. Da die mal da hin. Und das auch mal da hin. Hm. Okay. Also scheinbar ist hier ein großer Baum gewachsen. Das ist kein... Doch, das ist ein Dschungelsetzling, hä. Dann machen wir mal da dran die Früchte. Die Kalkobohnen. Also, dann haben wir hier... Ja, gerade nichts, hä. Hm. Die Holunderbüsche müssen wir nicht rein tun. Also, mal hier. Hier, da. Ja. Wollen wir die hier hin pflanzen? Also, der wächst immer noch nicht. Aus irgendwelchem Grund. Der ist richtig störend. Hm. Also, eine Tulpe. Wo haben wir die Tulpen? Hier denn? Nö. Hier? Jo. Also, nein. Ähm. Ja, die Himbeer- und Dingbüsche, die machen wir mal. Ja, am besten. Auch wieder zu den Büschen, oder? Ach, freut mich, das jetzt wieder zu spielen. Ich hoffe, ihr seid auch so... Erfreut wie ich. Ach, komm. Mach ich das mal hier. Ich weiß schon, dass es für viel fertig ist. Also... Ja, dann machen wir das frisch. Weil das ja vier reckige Büsche sind. Die halt ein bisschen störend sind. Mach ich die da oben, hä? Oder ein bisschen näher an unserem Haus. Ja, ich denke mal hier, hä? So, und der machen wir hier hin. Schauen wir mal, wie die wachsen. Also. Dann haben wir die Setzlinge. Wir machen mal die Bohnen hier dran. Wir brauchen ja keine... Auf jeden Fall hier nicht, hä? So. Ähm... Apfel-Eiche. Also dann noch die... Dingern und den Ofen. Tja. Wo kommt der Ofen hin? Da zum Beispiel, hä? Also. Die Setzlinge hinsetzen, hä? Was haben wir denn hier schon wieder? Das Limettenholz. Ist das denn schön? Ja, okay. Ist nicht gerade so, dass man sagen kann, ja, ich möchte so ein Ding verbauen, aber schon recht schön. Also setzen wir weiter ein. Die Seerberlinde. Ist jetzt eigentlich auch eher normal. Gut. Das mal weg. Oh. Oh. Okay, scheinbar sind das die gleichen gewesen. Und ich habe das jetzt irgendwie... Gemeint sind es zwei verschiedene, aber jetzt bin ich ja wieder ein bisschen orientierter. Ähm... Ja. Das ist das Hopenbaumholz. Da werde ich mal ein bisschen weiter weg. Vielleicht trägst du dann. So. Okay. Machen wir noch mal eins weiter weg. Und... Hier haben wir das magische Laub. Da haben wir blaues Holz. Ah genau. Hier hinten sind die Herdringe. Sachen. Also einen Apfelbaum haben wir scheinbar schon. Können wir noch einen hinsetzen oder so. Aber... Fangen wir mal einen Kastanienbaum noch hinsetzen. Das ist jetzt wirklich nur einer gewesen, ja. Nur einer hat so einen großen Baum gemacht. Ich werde die wahrscheinlich dann ins Dürregebiet hinsetzen. Also dann haben wir die schon angesetzt. Das wusste ich eben nicht mehr, weil ich das schon lange nicht mehr gelivestreamt habe. Also, dann ist es im Livestream jetzt Heir der Ringe einfach. Ist doch recht interessant. Schaut mal vorbei. Vor allem haben wir richtig schöne Gegenden vor uns. Ich habe recht viel erkundet und gemerkt, oh, das muss ich unbedingt zeigen, das ist so genial gemacht. Auch wenn viele Level halt langweilig sind, weil sie sehr lang gezogen sind und so weiter. Es hat immer wieder extrem freudige und spannende... Ja. Ich sage, wächst hier kein... Was ist denn so weit, äh, so nah? Ich brauche unbedingt den. Ja, aber auf jeden Fall hat es extrem spannende Gebiete, also... Zum Beispiel ein Rosenfeld. Oder ein... Äh, was ist das andere? Ahorn, glaube ich. Ganz viele Ahornbäume. Extrem schön rot. Ja. Das ist extrem genial. Also, ich weiss jetzt nicht genau, wieso der nicht wächst. Also, ich sehe hier nichts, was denn im Weg sein könnte. Eventuell schon die Bäume hier, aber wieso denn so? Es könnte schon sein, dass man diese Japanes Evi einfach... Die im Weg sind, weil sie so viel Reichweite haben. Aber ich denke nicht. Keine Ahnung. Der Baum bleibt am Rätsel. Müssen wir ihn halt per Hand bauen. Ähm... Ja, auf jeden Fall... Können wir die vom Herr der Ringe Sachen... Also im Mod die... Items recht gut gebrauchen. Hier haben wir das Angelzeugs. Ja, angeln werden wir dann später auch nochmal. Habe dann mit einer Superspätsacke. Ich habe jetzt gar keine Levels. Ich müsste Levels noch farmen. Ähm... Jetzt müsste ich kurz... Da die rein tun. So. Ähm... Kompass brauchen wir nicht. Hm. Tja. 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 Hier rein. Und sonst ist eigentlich alles okay. Das rote Buch mache ich hier rein. Prima. Ja. Ja. Ähm... Die werden immer wieder gigantisch. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben da oben, glaube ich, noch irgendwas gesetzt. Ein Portal. Also hier haben wir auf jeden Fall diese... Ähm... Flowing Egg Oak Leaf Bäume. Ähm... Auf jeden Fall möchte ich ja jetzt langsam die Barbaren machen. Ich wollte sie schon im Livestream machen, aber daher Dringung kommt natürlich zu vor. Ähm... Hier haben wir auch noch nichts angepflanzt. Müssen wir auch mal alles fällen. Hm. Na gut. Ähm... Ich denke, wir gehen jetzt mal wieder farmen. Ich habe ja ein Monster... Eine Monsterfalle. Die wir jetzt noch verbessern müssen. Und... Ja. Mal schauen, hä. Wo ist mein Bett? Haben wir nie ein Bett hingesetzt? Nirgends? Wir haben nur das Bett, das wir hier haben, hä? Also nehmen wir einfach dieses Bett. So, komm. Schlafen. Ach, ich freue mich so, wenn wir mal die NPCs dann setzen. Wir haben jetzt diesen Test-NPC einfach mal. Noch dort. Aber wir werden ihn wahrscheinlich dann umändern. Da dürfte ich sehr viel mitwirken. Also... Sagt es ruhig, was ihr denn genau wollt. Ähm... Wir werden hier rein. Und dann müssen wir hier zum Zombie spawnen. Genau. Ja. Also das wird wahrscheinlich sehr toll, wenn die Leute dann kommen. Helft mir ein bisschen mit. Auf jeden Fall muss das richtig toll werden, wenn ich das so herausplane. Weil ich sehr viel mache, dass meine Let's Plays natürlich beliebter werden. Aber das geht nun mal nicht so schnell. Also, wir haben hier die Monsterpfeile. Hier müssen wir rein, hä? Ja, das ist der falsche Weg. Wir müssen den anderen Weg nehmen. Tja. Wenn ich das jetzt wüsste, wo genau hier der Eingang ist. Nein, nein, der Eingang ist nicht hier. Das dauert schon einige Zeit her. Ich hatte halt nicht mehr so viel Erfolg mit dem Projekt. Und ich bin halt sehr, ähm... Ja... Ich will einfach sagen, dass ich relativ orientiert bin, so etwas zu, ähm... Ja, verbessern und dann brauche ich einfach manchmal Zeit dafür, hä? Dann ändern wir das gleich... Ja, wir haben keinen Wassereimer. Wir müssen das ändern, hä? Wird schwer, aber wir können das... Ich weiß es jedenfalls, wie es geht. Also, machen wir das jetzt alles mal ohne Monster, weil ich, äh... Auch etwas ändern und bauen will. Ähm... Ja, dann gehen wir hier das Wasser sammeln. Tja. Dann haben wir mal Wasserveränderung nennlichen Brunnen. Den machen wir ja... Am besten hier irgendwo. Ah, okay. Hier ist eine Höhle. Dann machen wir das hier bei der Höhle. Gut. Aber für die, die es nicht wissen, ich mache eben eher ein Baurollen... Also ein Bau-Let's-Play. Und deshalb mache ich die Monster manchmal aus, wenn sie nicht nötig sind. Also... Vor allem... Das Survival habe ich ja schon längst hinter mir. Und... Ja, es stinkt einfach mega. Vor allem nach dem... Nicht gerade so guten Vorfall. Hm, da muss ich zumachen. Von wild, einfach weil es... Relativ... Schnell ausgeartet ist bei den Mitspielern. Konnte ich einfach nicht mehr. So. Immer auf den Server aufpassen. Es will ja mir auch niemand helfen. Nicht mal spenden. Nichts wird gemacht. Deshalb... Mache ich da lieber Singleplayer-Projekte und... In aller Ruhe. Nicht überstürzen. Nichts. Schlimmes machen. Ich muss da... Ja, dann machen wir das so, dass wir hier unten... Gut... Wasser hin tun. Genau. Und hier. Und jetzt... Leichten wir noch die Portal Gun. Aber... Wir können das auch so machen, dass wir hier runterfließen lassen. Genau. Und jetzt... Haben wir hier die Höhle. Hä? Also, dann haben wir hier noch das Problem. Dann müssen wir hier... Zumachen. Gell? Also, die Monster können so spawnen. Das ist das Wichtigste. Prima. Also. Ich muss irgendwie... So. Nein, es geht ja nach außen. Ja. So. Ja, dann haben wir hier noch das Problem. Also, wir müssen überall Wasser hin tun. Das wird ja etwas... Ja, schauen wir, dass es geht. Also, hier haben wir es platziert. Hier haben wir es platziert jetzt. Das müssen wir noch hier platzieren. Prima. Dann sollte alles gehen. Eventuelle trinken die. Ja, aber das ist halt jetzt noch nicht so möglich, ähm... Das ist halt jetzt noch nicht so möglich, ähm... Los. Was ist der harte Stein? Ich mag den... Der ist einfach viel zu oft. Ich mag den überhaupt nicht. Bäh. Hm. Alles. Los, 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 los. Vorwärts. Gut. Letzter Stein jetzt hier. Ich denke, ich mache jetzt das hier so. Ähm, wo haben wir das? Tja. Ähm. Ist noch weiter. Das muss doch hier sein. Hä? Wir stehen nur noch Bahnhof. Nein, das muss hier oben sein. Aber durch den Stahl ist es halt nicht so gut sichtbar. Haben wir das schon zu weit gemacht? Ah, hier. Gut. Wenigstens. Also hier hätte... Hier runter. Und dann. Hä? Hä? Ich weiß nicht, was ich das letzte Mal hier genau gemacht habe. Aber ja. vielleicht zugebaut. Ich denke, ich denke schon zugebaut. Also. Dann starten wir das mal. Aber ich hätte auch durchs Portal gehen können. Aber wofür... Ah ja, genau. Ah ja, genau. Stimmt. Okay. So, alles mal hier reinlegen, dass ich jetzt gar nicht brauche. Prima. So, das sollte eigentlich relativ gut gehen, oder? Wenn ich hier reingehe, kommen wir woher heraus? Ich bin eigentlich am Spawn von der Farm Welt 1. Ja, so. Kommt irgendwie nicht runter. Und... Ja. Die stoßen sich wahrscheinlich am Monster Spawner an. Ja, ich muss das alles schwer enden, hä? Okay. Durch den Herdringen-Mod hat's diesen Cooldan. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Das ist ja mega schwach, jetzt. Oder sind die Schläge jetzt stärker? Nein, sind nicht stärker. Ja, wir müssen doch mal schauen, hä. Es sind halt immer Mods, die alles verhindern müssen. Weshalb? So müssen Mods immer alles verhindern. Keine Ahnung. Tja. Also. Nehmen wir das mal mit, hä? Da können wir das noch mitnehmen. Granit. Alarmstone. Sandstone. Kalkstein. Okay. Ah, das ist hier. Okay. Gut. Können wir alles wieder kennen. Also, wo genau alles war. Gut. Ähm, ich möchte noch die roten Köpfe irgendwo reinlegen. Aber wo war das? Hier irgendwo, hä? So, Mist. Ich habe ein langes Such. Ah, da oben. Gut, dass ich das direkt gefunden habe. Schön. So. Die Steine kommen hier hinten. Mal kurz schauen. Ja, da geht es schon mal ein bisschen mehr rein. Hier, hier. Okay. Haben wir irgendwo Mossy Copplestone? Hier. Das auch mal relativ gut sortieren. Oh ja. Weg. Sonst explodieren Creeper beim Bummel. Also, da haben wir da alles. Jetzt könnten wir noch... Okay, der ist fertig. Schön. Prima. Jetzt könnten wir noch... Jetzt haben wir neun Level gesammelt. Na ja, jetzt muss ich nachdenken, was er... Die super Angel vielleicht mal ein bisschen auspacken. Auf jeden Fall brauche ich die Level- und die Zauberbücher von dem Angeln. Das geht ja relativ schnell und... Habe ich auch gemerkt, recht spannend. Also, wenn es so schnell geht, kommt natürlich das Spannende auch wieder mehr raus. Was haben wir hier jetzt? Ruhe. Ach, Gelen. Garnelle. Hm. Okay. Ähm. Wir haben keine... Doch, wir haben rohe Fische. Ah ja. Wir brauchen Pferden. So. Gut. Machen wir die wieder rein. Okay. Kühe könnt ihr nicht weg. Kuh, geh weg. Hau ab. Also. Wir haben hier ne super Angel. So, der ist relativ schnell gehen. Vielleicht ein höherer Fisch. Hm. Du, 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 du. Hm. Jetzt. Oh, eine Angel. Glück des Meeres. Ja, ich glaube, Glück des Meeres 4 gibt's nicht. Es gibt ja entweder 3 oder 5. Gibt's auch 4. Ich glaube, es gibt auch 4. Und die muss ich sammeln. Ah, normale Fische. Mist. Gab's nicht früher mal diese Fische auch? Clown Fische? Ja, es ist alles nur Fisch. So ein Mist. Schade, der Mod hat mehr verdient. Hm. Jo. Hauen wir das wieder? Ja. Es geht bitte weg, ihr nervt. Ey. Das ist ja nicht normal. Okay, du Schaf, du hast es überlebt, aber... Nein, kein Bock. Auf. So, Tier in der Nähe. Komm, vorwärts. Los. So, du, schnell geh. Hier, zum Beispiel, hier haben wir so einen farbigen Fisch. Gut. Was ist das? Roher, bunt Barsch. Ja, ein farbiger Bursche Fisch. Bunt Barsch. Gut. Habe ich gut realisiert. Haben wir realisiert. In diesem kleinen Abschnitt, wo man uns gesehen hat. Ja, ein Sartel. Sehr gut. Hm. Hopp, hopp. Vorwärts. Noch ein Fisch. Ja. Prima. Eine rohe Sartelle. Machen wir mal so einer Sartellen... Ähm... Pizza. Hä? Schön, schön. Ah, da haben wir auch schon einen gefunden. Schlammspeizger. Oh, eine rohe Schnecke. Ja, wunderbar, hä? Knives haben wir auch gefunden. Das sind immer die Sachen, die wir schon gefunden haben. Sogar Grayfish Heads. Ganz viele. Und hier haben wir eine rohe Forelle. Ein Greenhead Fisch. Easter Eggfish, oder was? Okay. Prima. Können wir im nächsten Part gleich noch ein bisschen weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Tschüss. 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 Vielen Dank.